So, 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 YouTube. Hallihallo, Löhle. Willkommen zu Worker & Resources. Wir spielen weiter und wir haben inzwischen die Geheimpolizei erforscht. Ähm, ich erforsche nebenbei die Parkplätze für Parteimitglieder und ich würde sagen, wir fangen an, die Geheimpolizei zu bauen. Ähm, wo ist die denn? Oh, hier, den Fernsehturm. Können wir auch machen. Mal so ein Touristenviertel oder sowas. Mhm. Ich meine, das Geld wäre da. Das Geld wäre da. Ja, wir nehmen natürlich gleich die große Geheimpolizei. Und die kommt dann einfach genau hier nebenhin. Zack, so wie wir es eigentlich geplant hatten. Keine anderen Abweichungen. Und ja, von hier kommen wir eh nicht mit dem Weg durch, oder? Ne, schade. Das wäre, das wäre jetzt noch Ultra gewesen. Vielleicht können wir aber mit so einem Unterführungstunnel hier arbeiten wieder. Ich würde auch mal gern so eine Pergola bauen. Ich weiß gar nicht, wofür die ist. Einfach nur hübsch aussehen. Oder hat die noch einen anderen Sinn? Naja, okay. Fußgängertunnel würde... Okay, aber hier kommen eventuell Rohre an. Das wäre also schlecht. Den kleinen hier vielleicht. Der würde hinpassen. Ähm... Können wir den zentraler setzen? Ne. Wir haben echt nicht genug Platz überall gelassen. Autobahn, Abfahrt, Auffahrt. Da ist ja eh ein Tunnel drunter. Wäre eh dumm. Aber dass wir hier drüben halt so ankommen, wäre halt... ...meine Idee. Und von da wäre eigentlich nur hier die Möglichkeit. Oder wir gehen oben rüber, aber hier ist schon eine Brücke. Und dann als Fußgänger extra so hochlaufen, auch irgendwie scheiße. Okay, dann hoffe ich mal, wir schaffen das mit dem... Fußgängertunnel. Und da kommen natürlich auch gleich wieder unsere Helikopter an. Sehr schöni. Ja, und hier vor weiß ich gar nicht, wie wir das genau... Eigentlich brauchen wir hier wieder auch einen Fußgängerweg, der vor den Gebäuden langläuft, nicht wahr? Durch die Autobahnunterbrechung hier natürlich ein bisschen schwieriger geworden. Aber wir könnten durchaus auch hier nochmal einen Tunnel bauen. Warum geht der hier nicht hin? Hier ist doch nichts. Was? Was? Was stört ihn hier? Ist hier irgendwas unten drunter? Der Autobahntunnel. Alles klar. Ja, der dürfte ihn stören. Oh, dann kommen wir da eh nicht lang. Kann das sein? Ja. Dann werden wir da wahrscheinlich eh nicht lang kommen. Aber wir probieren es natürlich. Hinten lang? Vielleicht haben wir dann mehr Möglichkeiten, tiefer zu gehen. Oder der Tunnel ist tief genug. Könnte auch unser Glück sein. Aber sieht nicht danach aus. Äh, ist zu eng. Um drüber geht's nicht. Andere Infrastruktur im Weg. Ich glaube, geht gar nicht. Okay, dann wäre es egal. Äh, das hier geht. Oder was? Ah, weil das hier höher geht, nicht? Oder tiefer. Hier ist es am tiefsten Punkt. Hier kommen wir rüber. Ah, verstehe. Aber dann will er hier auch direkt raus. Okay, der kann also nicht... Hm, verstehe, verstehe. Wenn wir tiefer gehen, kommen wir nicht mehr rüber. Weil der Tunnel in derselben Höhe ist. Wir würden halt hier nur rauskommen können auf der Seite. Gut, andererseits wollen wir nicht die unbedingt verbinden, nicht? Das ist ja nicht unser Hauptanliegen, sondern das hier ist unser Hauptanliegen. Damit wir auf die andere Seite quasi rüberkommen, von der Stadt da drüben. Okay, dann können sie sich da erstmal austoben und die Geheimpolizei bauen und dann sind wir beschäftigt. Forschung ist abgeschlossen. Sehr gut, wir können das nächste erforschen und ich würde sagen, ich drücke mich so ein bisschen ums Logistikbüro, äh, Luftverkehrsstudie, erforschen wir die. Weil durch das Logistikbüro, glaube ich, müssen wir nochmal sehr viel umbauen und umstellen. Da habe ich so gerade ein bisschen Bedenken, weil ich auch erstmal die Fahrzeuge tauschen will. Oh, und hier die Ersatzautobahn ist auch vorgeplant fertig. Dann müssen wir hier weitermachen. So. Eins, zwei, drei. Mindestens 52 Meter. Dann haben wir da nämlich die Säule. Und das sieht krumm und schief aus. Das ist natürlich blöd, dass das hier in einer Biegung liegt, nicht wahr? Am besten wäre das halt so, aber halt in höheren Stufen. Dass man halt sagt, ey, wir gehen hier hoch. Und dann hier rum. Aber es wird halt schwer, das hinzukriegen. Deswegen hätte ich gerne die, eine Seite nur gebogen, wenn es geht. Und dazwischen halt eine gerade Brücke. Aber das wird schwierig. Also eigentlich wäre so. Das heißt, wir hätten hier die Biegung drin. Aber ich habe schon gesehen, die Brücke wäre viel zu groß. Das heißt, wir könnten hier auch noch ein bisschen rangehen. Zum Beispiel so. Ja, ich glaube eher so. Hier wäre halt eine Hilfslinie super hilfreich zwischen den beiden Straßen. Oder zumindest eine verlängerte Gerade, nicht? Die einfach von dem Punkt aus in Richtung der restlichen Sachen zeigt. Winkel 4 Grad. Vielleicht können wir da mitarbeiten. Wenn wir sagen, hier Winkel 4 Grad. Nee, hilft uns nicht. Jetzt wäre der Winkel 8 Grad. Also brauchen wir hier eine 12-Grad-Straße? Oder 8? Ich würde sagen 12, oder? Nee, 8 ist glaube ich schon richtig. Ja, 8 sind es. Da haben wir immer noch 2. 2. Eigentlich eine 6. Okay. Die müsste hier 6 Grad haben. Er hat die 3. Okay, dann braucht die 9. Aber dann hat sie... Er hat sie 1 Grad. Okay, also 8,5 oder so braucht die hier. Und wahrscheinlich, wie die Endung hier vom Winkel ist. Ah. Na, 8, wo ist 8? 6, 7, 9, 7, 9, 10, 8. 3 Grad trotzdem. Verstehe ich nicht. Wenn ich dich hier mit 0 Grad weitermachen lasse. Bis hier hin. Und du da rangehst. Auch mit 0 Grad. Dann habt ihr 8 Grad Winkel. So, aber ihr kommt nicht genau aufeinander. So. 14 Grad. Und so kann er mir nicht anzeigen. Das ist manchmal auch schade. Ja. Wenn ich die nämlich gerade mache, dann kommen wir hier unten raus. Das wäre auch blöd. Ich würde halt gerne erst den Mittelteil bauen. Und das kann man in dem Spiel nicht. Aber wenn ich einfach den Mittelteil bauen würde, dann könnte ich sagen, hier. Das soll sie werden an der Stelle. Und dann die anderen Sachen drumherum. Aber das kann er leider nicht. Das ist ein bisschen schade. Ich könnte natürlich so ein Fake-Mittelteil machen. Da versuchen irgendwie ranzukommen. Und dann sieht man. Irgendwie. Die ist in sich ganz komisch gebogen. Zweimal. Einmal so. Einmal so. Warum? Ja, das ist auch unsexy. Hätte gerne einfach so eine Möglichkeit. Hier, bau mir eine Brücke. Und jetzt mach drei Meter hoch. Oder sechs. Oder neun. Ja. Jetzt ist der Mittelteil natürlich gebogen. Bisschen zu stark. Aber vielleicht ist es sogar nicht schlecht. So. Und jetzt wollen wir ihn ganz gerade. So. Wartet. So. Jetzt ist der gerade. An der Stelle, da wollen wir ihn hin haben. Hoffe ich. Und dich wollen wir jetzt abgerundet haben. Da dran. Und dich auch. Und das ist jetzt im Parallelmodus. Geht auch. Ich glaube jetzt haben wir es. Ja. Ist immer ein bisschen gefrickel. So. Die Straße. Da ist ein Auto drauf. Okay. Fahr mal bitte kurz. Ja. Jetzt bist du da drauf. Fahr mal bitte kurz. Sehr schön. Erstmal mit der hier ganz normal. Die hat eigentlich zwei. Gehen wir so durch. Die ist ein bisschen zu lang, die Brücke. Die ist viel zu lang. Weil da muss ich die Auf- und Abfahrten von hier hinten nach da machen. Das ist ja auch übertrieben. Aber. Wir können ja weiterhin hier anfangen. Und hallo Rubber Duck. Danke für den Rate mit 47 Personen. So viele. Guten Abend. Herein spaziert und willkommen. Bei der Aufnahme. Und hallo Rainer Rabel und Black Secret. Guten Abend. Guten Abend. Willkommen in der Sowjetrepublik. Und unserem Krampf eine gerade Autobahnbrücke zu bauen. 34. Machen wir die nur 30. Raid, Raid, Raid. And not or. Und Rubber Duck MBRH. Naabend. Das sieht nicht richtig aus. Ich finde mal blöd, man sieht das von oben nicht. Was habt ihr Schönes gespielt? Guten Abend, Genosse. Ich vermute mal das Gleiche. Also von der Seite. Wir gucken. Jetzt ist gleich. Jetzt sind 0 Grad. 0 Grad. Und 38. 37. Das sieht gut aus. Das sieht viel, viel besser aus. Neu dabei oder alter Worker & Resource Veteran? Ich sag mal so. Neu dabei mit 700 Stunden. So würde ich das formulieren. Ich spiele es auf meine eigene Weise. Aber ich glaube, das hat jeder. Äh, dass er so seine eigene Spielweise irgendwann in diesem Spiel findet. Und manche Dinge, die vielleicht umständlich sind, beibehält, auch wenn sie einfacher gehen würden, wie eine Autobahnbrücke zu bauen. Shit. Shit. Okay, Parallelmodus. Und jetzt Randa. Und sobald das hier geplant ist, kann ich euch gleich mal durch die weiten Hallen der Republik führen. Aber wir müssen erst die Autobahnauffahrt planen. Die ist super wichtig. Für das weitere Bestehen der Sowjetrepublik. Äh, ich... Uns hat gar keinen Namen. Ich weiß nicht, ob ihr eurer Republik einen Namen gegeben habt oder sowas. Shit. Okay. Ich sehe, das wird nicht ganz so klappen hier. Typische Anfänger mit 700 Stunden. Ja, sorry. Gerade aus dem Nest geschlüpft. Sagen wir so, ich habe das Spiel immer mal wieder angeguckt. Aber eher früher und jetzt wieder in letzter Zeit. Aber dazwischen halt gar nicht. Okay, wir machen jetzt mal erstmal die Straße. So, die Straße soll hier rüber führen. Und jetzt machen wir da drüber die Brücke. Ich glaube, das ist einfacher. Drei, sechs, neun. Parallelmodus erstmal aus. So, rüber. Und zu eng, okay. Das kriegen wir hin. Zu steil kriegen wir hin. Und zu steil kriegen wir hin. Jetzt Parallelmodus an. Das ist zu steil. Oh. Okay, wartet. Dann halt doch so. Jetzt haben wir es, oder? Jetzt ist die Straße da drunter durch. Und wir haben eine spannende Brücke, wo ein Pfeiler fehlt. Ja gut, das kann man schon mal so bauen. Ich mag es immer, gerne zu graben für eine Straße, damit die Brücke nicht aus diesen drei Segmenten gebaut werden muss. Dafür fehlt hier leider der Platz. Ja. Man muss auch sagen, ich spiele auf einer Biomkarte und die ist verbuggt. Wir können keine Landschaftsgestaltung benutzen. Die würde dazu führen, dass ich nicht mehr bauen kann. Da haben sie einen fetten Bug drin, den sie angeblich behoben haben, zumindest im Editor. Aber er ist leider noch im richtigen Spiel mit drin. Das Mesh der Karte würde nicht richtig berechnet werden, sobald ich versuche, das Gelände in irgendeiner Weise zu manipulieren. Das ist sehr schade. Hat mich hier zum Beispiel eine schöne Ecke gekostet. Wie wollte ich eigentlich einen Hügel machen, wo ich die Schienen drüber ziehe? Konnte ich dann nicht so machen. Ja, echt. Leider. Also, das ist, das hatten wir gestern, das war nicht schön. Also, die Sache ist dann die, sobald ich hier das Terran baue, dann kann ich in die Richtung nichts mehr bauen. Der Cursor springt dann immer hin und her, aber kann nicht mehr diese Stelle erkennen. Ist ein bisschen blöd. Ja, vielleicht, weil die Karte vor dem Patch erstellt wurde. Das kann natürlich sein, dass das in der Karte drin ist. Aber das werde ich dann im nächsten Let's Play herausfinden. Aktuell müssen wir uns hier mit dieser Karte durchquälen. Wir sind gerade dabei, nämlich unser Kohlekraftwerk, oder Kohlekraftwerk, unsere Kohle anzubinden. Die Autobahnbrücken und Autobahntunnel sind gebaut worden. Die innerstädtische Autobahn ist auch in reger Benutzung. Wir haben einige schöne Plätze, ein schönes DDR-Kino. Was nachts wunderschön leuchtet. Wir haben einen spanischen Platz. Ein wunderschönes Sowjet-Rathaus. Und ein sehr schönes Radio an der Hauptstation. Mit einer ewigen Flamme, die nicht ewig brennt, weil sobald es regnet, ist sie aus. Und unser Uni-Gelände hier hinten mit einer wunderschönen Uni, die schon alles erforscht hat. Und natürlich dekadente Hubschrauber, die für 10 Tonnen Kies einmal über die gesamte Karte unseren Treibstoff verheizen. Ob sie, die machen Ringelpiez, weil wir ihnen die Straße weggenommen haben. Ja, 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 ungünstig. Ungünstig auch, dass die schon anfangen zu bauen, wo ich noch nicht weiß, ob wir das so machen wollen. Aber ich denke mal ja. So, aber dann machen wir das mal. Wir fahren hier ab. Falls jemand übrigens weiß, wie man diese Abstände, die hier sind, das nervt mich tierisch. Ob man die irgendwie manipulieren kann, außer die Straße ständig neu zu setzen, manuell. Weil jetzt, ne, man kommt einfach nicht gerade daran. Das nervt. Aber ich glaube, das hat bisher noch keiner, keinem gestört außer mir. Konnte ich zumindest nicht feststellen. Und eure Sache heißt wie? Ich hab's gerade gelesen. Ihr heißt, äh, Dukistan. Ah, sehr gut. Ja, wir haben gar keinen Namen. Wahrscheinlich sind wir einfach zu arm dafür, um uns einen Namen für unsere Stadt auszudenken. Boah, diese Helis sind unsagbar laut. Und das auch falsch. Jetzt weiß ich nämlich, was hier falsch läuft. Ich hab nicht den Parallelmodus an. Bis hierhin ist ja okay, aber hier müsst ihr ran. Sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ich bin auch ein bisschen, äh, deka- Nicht dekadent. Ein bisschen perfektionistisch, was so eine Sachen angeht. Und am Ende sieht's trotzdem scheiße aus. Kennt ihr das Gefühl? Ich glaube ja. Das muss schöner werden. Und vorbei. Okay. Fangen von der anderen Seite an. Ah, gut. Aber das hilft ja denn trotzdem nicht. Oh, shit. Oh, shit. Wer hat den denn da hingebaut von euch? Das ist auch noch eine zentrale Wasserverzweigungsstelle. Pfff. Und das sieht auch noch mal scheiße aus. Wer hat denn das gemacht? Hab ich das geplant? Kann ich nicht glauben. Immer der, der fragt. Ey, ey, ey. So haben wir gar nicht gerechnet. Ihr kommt gleich in mein wunderschönes Gefängnis hier hinten. Da habt ihr eine Zelle für euch mit schönen Tischen. Da kann man easy über den Gehweg fahren. Auch, äh, denke ich, eine Lösung. Sag mal. Irgendwie wird das nicht gerade, oder? Das liegt aber auch an euch 47 Leuten. Ihr macht mich einfach nervös. Hier zum Beispiel. Ich kann ja gar nicht von der Seite anfangen. Sonst muss ich nachher die Straße umdrehen. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Da hätte ich gerne, dass es irgendwie ein freieres Grid-System gibt als das hier. Was ich dann immer mache, ist nämlich folgendes. Ich plane jetzt mit dem Punkt. Der muss genau auf der Höhe von dem sein. Dafür lege ich das UI da an. Dann nehme ich den Punkt. Lass den da enden. Verbinde das. Und dann kann das nämlich gerade da ran. Aber das ist auf Dauer natürlich immer ziemlich nervig. Und man muss ständig dann die Sachen neu ranflanschen. Ja, hier müssen wir außenrum. Ah, Kacke. Irgendwie gefällt mir das nicht. Und irgendwie nerven mich diese Helis. Kennt ihr? Oh Mann, diese Helis. Boah. Man will in Ruhe bauen und die fangen sofort an und kommen an und wollen da alles ihr absetzen. Die haben hier hinten noch überall Sachen hinzuliefern. Und wo kommen die? Die kommen hier hin, sobald ich nur huste. Sind die da? Und liefern ihre 10 Tonnen Kies ab. Fliegt bitte weg. Oh. Sie sind geil, aber sie nerven auch tierisch. Ja gut, aber ich baue jetzt nicht nochmal die ganze Brücke um, nur weil ich hier nicht eine Anbindung haben möchte. nicht wahr? Wem ist das auch schon passiert? Wir können auch hier hinten abgehen, aber... Ja gut. Was soll's? Was kostet die Welt? Nicht wahr? Ich werd's eh irgendwann nochmal komplett abreißen. Ich würde sagen, wir können das so lassen. Ja. Wir haben inzwischen Einwohner verloren. Wir hatten mal 8000. Ähm, das heißt, die sind alle abgewandert oder gestorben. Aber wir haben schon ein relativ großes Ding gebaut. Ich baue immer sehr kompakt, nicht? Die meisten bauen, äh, schön verteilt, haben Karten mit Höhen und Tiefen, wo sie hoch und runter gehen. Ich bin ein Flachbauer. Ich mag das irgendwie nicht mit den Höhen. Ähm, das liegt aber in den historischen Zeiten von, äh, SimCity 2000, wo man halt auch immer nur flache Karten hauptsächlich hatte. Wobei dieses Spiel noch immer am besten funktioniert, nicht mit, äh, Höhen und Tiefen. Bei City Skyline zum Beispiel kannst du vergessen, sobald da eine Kante drin ist, hast du irgendein grütteliges Gebäude, was nicht hinpasst. Hier wird wenigstens der Boden ordentlich aneinander angepasst. Oh! Oh, die Brücke hier ist schon fertig. Auch sehr gut. Bald können die ins Treibstoffwerk mit einem Zug fahren. Nicht mehr lange. Nur noch 150 Jahre. Bei uns läuft immer alles reibungslos im Work-And-Resource. Das glaube ich natürlich sofort, wenn ich's höre. Ich hätte nix anderes vermutet, dass bei Rubber Duck das, äh, nicht drun läuft. Ich bin aber raus für heute. Viel Spaß noch. Vielen Dank für den Raid. Ich guck mal, wie sehr ich's selber heute versauen kann. Ich werde es in Ehren halten, diesen Raid. Die Stadt ist stetig im Wandel. Abpressen gehört immer dazu. Das ist wahr. Wir bauen grad die Geheimpolizei hier hinten schön. und haben halt ein Problem, weil wir 381 Leute schon wieder haben, die nicht zu Hause wohnen. Deswegen wollte ich hier jetzt endlich mal die Autobahnauffahrt bauen, damit wir hier hinten den Abschluss kriegen von der Ecke und vielleicht noch zwei, drei große Wohngebäude hier im Mank Zimmern können. Schön an der Autobahn. Wer würde nicht da gerne wohnen von euch? Nicht wahr? Schön. Oh, wir kommen hier wieder nicht runter. Aber warum nicht? Ach, du bist liegen geblieben. Ah, shit. So schön. Hier zwei Autobahnauffahrten hinter der Industrie. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Auch hier zwischen den Autobahntunnel und der Schiene zu wohnen. Auch herrlich. Hohe Priorität. Immer noch nicht gebaut. Schade. Schade. Aber wir lassen das mal alles ein bisschen jetzt im Forced Forward laufen. Und ihr seht schon, wir haben überall zum Beispiel kaputte Autos. Ich will die ersetzen, aber ich weiß noch nicht, wo ich das Schrottlager und sowas hin mache und das Recyclingzentrum. Deswegen müssen die alle noch ein bisschen aushalten, aber ich glaube, es wird langsam kritisch. Ich könnte die natürlich einfach hart ersetzen bei 16 Millionen, die wir inzwischen haben. Schöne Straßenführung. Slowwheel. Ich mag dieses Lob sehr gerne, aber ich finde es nicht. Also, ist gewöhnungsbedürftig. Ich habe diesmal halt auch ein bisschen anders gebaut als sonst. Sehr gerade, ohne Grid. Ist jetzt am Ende aber wirklich doch ein bisschen besser geworden. Ich habe aber darauf geachtet, dass wir keine Kreuzung haben. Also, wir haben nur T-Abbiegung. Früher habe ich immer Kreisverkehre gebaut überall. Das hat gar nicht funktioniert. Also, auf YouTube meine alten Let's Plays sechs Staffeln. Inzwischen läuft die 7,5. Die 7. zählt nicht so richtig. Da hatten wir hier auf der Karte nach zwei Folgen irgendwie gleich einen Fehlschlag. Äh, ja. Könnt ihr euch alles angucken. Stundenlang Worker & Resources. Ich glaube inzwischen, ja. 300, 400 Videos oder sowas bestimmt. Wer weiß, wie viel das sind. Das mit der Straßenführung war nur auf die Autobahn bezogen. Okay, das ist okay. Das lasse ich gelten. Ja, da habe ich mir auch vorher Gedanken drüber gemacht. ähm, und zwar hatte ich immer das Problem, dass das Zollhaus überlastet ist. Nicht? Also, hier kommen immer dann alle an und ich hatte hier vorher mal einen Kreisverkehr oder irgendwie eine Straßenzusammenführung und dann sind die immer alle hier rangekommen über eine Autobahn und haben sich dann auf die drei Wege verteilt. Und das ging halt irgendwann dann immer nur in einen Stau. Und jetzt ist es so, dass wir eine Autobahn für die rechte Seite vom Zollhaus haben, eine für die mittlere, eine fürs linke und von dem anderen Zollhaus die Autobahn und die sind dann über eine Strecke nur verbunden, sodass sie nicht kreuz und quer fahren und seitdem habe ich keine Probleme bisher und wir sind schon in den 86ern, also fast in den 90ern angekommen. Dementsprechend, äh, so weit war ich noch nie. Also außer im freien Spiel, aber wir spielen hier im realistischen Modus natürlich, ihr wahrscheinlich auch immer. und meistens bin ich vorher gescheitert und sei es nur, weil wir vergessen haben, einen großen Bunnen in der richtigen Zeit zu bauen und deswegen kein Wasser mehr denn da war oder hier waren keine Arbeiter drin und alle sind, äh, ja, verdurstet oder so eine Sachen. Aber wir sehen aktuell, es wird immer kritischer, dass die hier liegen bleiben. Dadurch kommt, kommen die Pflanzen nicht raus, dadurch arbeiten hier nicht genug, dadurch kommt nicht genug Stoff, deswegen gibt's nicht genug Kleidung und deswegen machen wir nur noch 624.000 pro Monat. Wir können ja mal in die Wirtschaft gehen und uns das letzte Jahr analysieren. Wir haben jetzt ja dem Februar letztes Jahr haben wir Kleidung im Wert von 1,357 Millionen exportiert. Bitumen 1,364 hätte ich nicht gedacht. Aber gut, wir haben auch ein Fahrzeug mehr auf das Bitumen gegeben. Treibstoff für 1,122 Millionen, Stoffe für 741.000, Öl für 373.000 nur. Bauschutt für den Tausender, ganz wichtig, der Bauschutt rettet einen immer den Arsch und gemischter Müll und Sondermüll. Sondermüll 133.000 könnte schon langsam sinnvoll sein, den gemischten Müll umzuwandeln, nicht wahr? ganzen Krankenhäuser, da kommt was zusammen. Importiert haben wir im letzten Jahr Stahl, okay, den nehme ich erstmal raus, da müssen wir hier ja erstmal Kohle bringen, dann Eisen, das dauert noch eine Weile, bis wir Stahl hätten. Essen, 600.000, gut, wir haben auch 8.000 Menschen, Chemikalien, das wäre auch interessant, die wegzubekommen, Elektronik, gut, Fleisch, Alkohol, Strom, mechanische Bauteile, es geht eigentlich. Also außer die Chemikalien, Essen und Stahl und die Elektronik vielleicht noch, sind die anderen Sachen gar nicht so kritisch bei dem, was wir exportieren. Finde ich eigentlich voll okay. 1,4 Millionen plus gemacht, in dem Jahr davor 798.000, davor nur 147.000 und das war unser bestes Jahr, 82, 2,2 Millionen, davor 1,2 Millionen, 2 Millionen, oh, 3 Millionen, 79 war noch besser und dann, ja, am Anfang waren so eher die Minuszahlen dann da, da haben wir immer 200.000 im Jahr liegen gelassen und aber wir haben es geschafft, uns zu etablieren. Die Einwohner mit 93% sind auch relativ glücklich, dadurch, dass die ganzen Kinder, 404 inzwischen, oh, shit, zu Hause wohnen, steigt die Kriminalitätsrate natürlich an. Das müssen wir also in den Griff kriegen. Ach, du Scheiße. Ich würde am liebsten einfach eine Bombe raufwerfen. kannst du ja auch alle parken, ähm, parken, was hatte ich gesagt, wir hatten über irgendwas geredet, ich kann ja auch alle parken, äh, äh, die, die kaputt sind, könnte ich alle parken, ja, aber es sind sehr viele. Es sind zu viele, sagen wir es mal so. Ich weiß, ich kann hier einfach raufgehen und sagen, ersetz mir die, erneuer die automatisch, ähm, aber ich würde die schon gerne auf den Schrottplatz schicken. Das ist so ein bisschen, ich würde es mir halt nicht zu leicht machen. Ja, kaputte parken, bei der Menge weiß ich nicht, ob wir die inzwischen noch alle in ein Depot kriegen würden. Ich glaube, da bräuchte ich inzwischen drei, vier, fünf Depots. Theoretisch sind alle defekt und ich würde auch alle gerne ersetzen wollen. Deswegen brauchen wir unbedingt den Schrottplatz. Aber ich hänge halt, ich habe halt jetzt eher mit den Schienen angefangen und will jetzt erstmal die Schienen fertig kriegen und deswegen interessieren mich gerade die Autos auch so halb. Ist vielleicht ein schlechtes Ding. Oh, die Polizei ist fertig. Dann kaufen wir mal ein schönes Personenkraftwagen. Was kriegen die denn für ein? Können wir den dem BMW kaufen? Wahrscheinlich nicht, weil wir keine Verbindung haben. Schade. Okay, gibt nur die kmh. Welcher ist am schnellsten? Hier so ein Schwarzer mit vier Passagieren. Ein T613. Können wir den Trabi kaufen? Ja, könnten wir. Oder ein V24. 170. Es klickt aber schon gut, oder? Und dann so schön schwarz. Kriegen die erstmal. Ja. Ja. Okay, wir beschleunigen mal. Die Kräne sollen hier schneller die Brücke bauen. Und wir müssen theoretisch überall die Autobahn auf- und abfahrten bauen. Also das hat sich auf jeden Fall bewährt, das so zu machen. Das funktioniert. Und ein Gebäude brennt. Oh, weh, wo? Hier hinten an unserem alten Sowjetblock. Da ist schon unsere Feuerwehr gelöscht. Sehr gut. Wir haben damals angefangen hier. Also das ist das ursprüngliche Zentrum. Das hier war mit eins der ersten Gebäude. Dann das. Und von hier haben wir uns dann in die Richtung ausgebreitet mit der Stadt. Dann kam irgendwann das Uni-Viertel dazu. Und ja, Züge habe ich geplant, aber ich habe die Metro vergessen, beziehungsweise die Tram, meine ich. Aber ich bin auch nicht so der Tram-Fan, muss ich gestehen. Von daher ist das vielleicht gar nicht weiter wild. Das kann man im nächsten Spiel durchaus vorsehen. Ah, hier, guck mal, das DDR-Kino nachts. Wenn man jetzt noch ein paar Laternen im realistischen Modus aufstellen könnte, wäre das cool. Aber die, die ich gefunden habe, brauchen alle einen automatischen Baumodus. Weiß nicht, ob jeder welche kennt. Ich habe hier so ein paar schöne Dinger. Sportplatz. Achso, wegen Chess. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht. Das war vor X-Stunden, dass ich Schach gesucht habe. Monument. Ich habe hier so schöne Sachen. Das Problem ist nur, wenn man die hinstellt, da kommt kein Baubüro ran. Und deswegen kann das nicht gebaut werden. Niemals. Finde ich halt ein bisschen schade. Ich habe hier auch Litfaßsäulen, die können man hinstellen. Tische. Da könnte man das Ganze ein bisschen individueller aussehen lassen. Oder auch so eine Lampen. Aber das funktioniert nicht. Genau wie die Plätze leider nicht funktionieren. Dass man das hier zum Beispiel hinsetzt. Das Einzige was geht sind immer mal wieder hier so die Blumen oder so dazwischen hauen. Das könnten wir machen an die Ecke hier. Ja so ein paar Blümchen. Ein bisschen auflockern. Schön in pink oder lila. Ja hier haben wir so ein Altstadt Viertel. Da sind die Straßen ein bisschen runder. Ah und hier fehlt der Autobahn noch die Auf und Ab Fahrt auf der Seite. Aktuell kommt man da gar nicht runter von der Strecke. Na gut lassen wir sie bauen. Aber ich finde die Detailreichtümer die das Spiel hat gegenüber anderen Spielen auf jeden Fall um Welten weiter. auch wenn die Grafik natürlich inzwischen ein bisschen nicht mal viel sie ist nicht perfekt aber ich glaube sie ist ein bisschen zeitloser wenn man das so sagen möchte. Oh die Busse staunen sich wieder die machen gleich Ringel Piets Kohle Erdsteig gut Gelenkbus kaufen haben wir schon brauchen wir nicht mehr was brauchen die denn hier so lange wir haben 20 prozent arbeitslose und ihr kriegt das hier nicht fertig und hier fehlt auch noch ein Stück okay dann lassen wir so erst mal das hier fertig machen hat schon ordentlich was los und ich bin immer wieder fasziniert nicht jedes Auto hat man ja irgendwann mal in der Hand gehabt okay ich glaube die Baubüros sind auch mit am ältesten die Autos sehen auch echt schon aus wie Hulle wo würdet ihr einen Schrottplatz hin bauen mein theoretisch aber wir brauchen ein Außenlager das Außenlager muss zu den Recycling Sachen nicht wahr das wäre doof wenn ich das hier hin plane hier soll ähm Lebensmittel hin und Alkohol da wäre hier vorne so ein bisschen Platz frei oder hier hier wäre gut dann ist das nicht so zentral aber hier wüsste ich nicht was ich hin bauen soll bei der Wiederverwertung ja die haben wir auch noch nicht die haben wir auch alles erst erforscht der macht gut Verschmutzung okay da hier die Brunnen sind ist dann hier eine doofe Ecke naja das ist vielleicht nicht doof vielleicht hier neben weil hier soll eh der Hafen hin den habe ich irgendwann mal schon geplant vielleicht kommt der Hafen auch eher dahin mal gucken dass wir das dann hier anschließen weil hier kommt nichts hin das ist weit ab vom Schuss dann können wir auch da den ganzen Müll aufbereiten klingt nach einem Plan oder hier ist eh Öl hier ist eh alles verseucht ich hab hier auch irgendwo so ein Umweltmesser hier ist eh alles dreckig von daher können wir das hier auch noch mit weg machen ich finde das Ding irgendwie geil aber ich weiß nicht was mir das zum Beispiel anzeigen sollte vielleicht irgendwelche besondere Verschmutzung die wir nicht haben weil wir Luftfilter haben und so hm ein Geigerzähler ja dann müsste er aber hier hinten ausschlagen weil hier ist Uran hätte ich gedacht Dosimeter heißt das Ding alles klar ich hatte habe die Dinge anders in Erinnerung also auch vom Geräusch her deswegen habe ich das irgendwie nicht auch bei Umweltverschmutzung jetzt nicht mit atomarer Verschmutzung gleichgesetzt vielleicht sahen die früher so aus das kann natürlich sein und ich kenne nur die moderneren nicht wenn du es abbaust ja okay das heißt das ist auch noch lange hin komm jetzt hier durch jetzt sind keine Arbeiter da ach leck mich doch jetzt ist der Asphalt aber keine Arbeiter jetzt sind Arbeiter da sehr gut und fertig krumm und schief so gefällt mir das ich will immer zweifach aus wunderbar und dann haben wir hier hinten die möglichkeit neues wohngebiet zu machen so ich mache erstmal kurz einen cut und danach planen wir den Schrottplatz bis gleich bis 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 bis